Hallo Leute, hier ist Saison aus Berlin. Ja, ich hatte ja gesagt, ich mache einen Face-Test von den Produkten, den Süßigkeiten und den Wigern. Und jetzt starten wir gleich. Okay, zuerst hier diese Leckerei, was glutenfrei ist. Ich habe das schon oft gemacht, sonst ist es ein bisschen schwierig rauszuholen. Das sieht so ein bisschen wie Oreo aus. Ich werde es mal jetzt übersehen. Und hier seid ihr bereit. Ich bin so gespannt. Die sehen so richtig lecker aus. Und dann noch glutenfrei und vegan. Mhm. Ganz schön süß. Auf jeden Fall. Ich esse nicht so oft süß. Okay, das war kurz unterbrochen. Jetzt speichern wir voll. Ich esse mal weiter. Wie gesagt, extrem süß. Boah. So war es mal süß. Boah. Das setzt mir schon zu, finde ich. Aber vielleicht mit einem Glas Milch ginge das. Aber ich bin so viel Süßes nicht mehr gewohnt. Daher kommt das etwas krass. Dann ist es sehr, sehr extrem gröselig. Und es ist nicht wirklich eine Keksteig-Konsistenz. Sondern eher so, ich weiß es nicht, zecke ich mal auf den Boden. Und jetzt seht ihr das? Das ist voll hier. So gekrömelt hat das. Und jetzt schauen wir mal nach, was alles für Futter, also vom Geschmack geht es. Das ist sehr cremig, so wie es auch steht. Cookies & Cream. Oh, hier hätte man wieder verschließen können. Hm. Ich habe es einfach mal ausgerissen. So, Kutaten. So. So. Okay. Also die Kutaten sind, also es ist, hier steht extra, bei Zyluki kann man das einsetzen, im Rahmen eines Diätplans. Creme Füllung, 35% Zucker, pflanzliches Fett. Na ja, kommt auch noch dazu, dass es aus Palmenfrucht ist. Was ich ja üblicherweise, normalerweise versuche zu vermeiden. Natürliches Vanillearoma, Immugato, Soja Lecithin, Maismehl, Kartoffelstärke, Zucker, pflanzliches Fett. Wieder aus Palmenbrühe, Fettarm, Dextrose, Tabiokstärke, natürliche Bourbon-Vanillearoma, Salz, Immugato, Soja Lecithinbeitriebmittel, Ammoniumhydrocarbonat, Natriumhydrogencarbonat. Jo, und ansonsten steht hier halt, dass im Betrieb auch noch Ei, Milch und Schallenfrüchte verarbeitet werden. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Weil, ähm, so, ja wahrscheinlich machen die auch noch, die machen ja auch nicht noch andere Sachen an Produkte an. Und deshalb, ja, ist ja üblicherweise so, dass die das mit benutzen. Und hier, gluten-free, gluten-free und laktosefrei, ne? Also ein veganes Produkt. So, jetzt werde ich mal die Gummibärchen kosten. Ups. Wieder bei mir. Ein rotes. Hm. Es klebt ziemlich. Und es ist sehr säurehaltig. Kann ja irgendwie Kirsche identifizieren. Warum müssen wir das nicht? Mh. Mh. Es ist aber auch wieder so extrem süß. Ich merke grade, weil ich gar nicht mehr so extreme süße Sachen mag. Gelbes oder Oranges? Mh. Schmeckt nach Orange. So, und jetzt koste ich die Mandeln mit Zartzitter rüber zu, das ist schokoladig und die Kekse schmecken auch schokoladig. Von der Süße geht's jetzt mal. Mandeln ist in der Mitte, schönes Gefühl beim Kacken. Ja, es geht. Ist jetzt nicht so 100%ig gemeint, aber es geht. Ja, das war's nun mal, ne? Alles hat sein Ende. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!